Hallo von der Mammut Music. Wir sind wieder in den letzten Zügen der Vorbereitung für das nächste Festival. Ja, elf Monate sind schon wieder vorbei und der nächste Chiemsee Summer steht auch schon direkt vor der Tür. Am Mittwoch geht es wieder los mit vielen Acts, schönem Wetter und natürlich wenig Schlaf. Casper, Billy Talent, The Offspring, Biffy Clyro, Beginner oder Scooter. Das ist nur eine kleine Auswahl der Künstler in Übersee. Vier Tage mit bester Musik warten auf uns. Und das Beste, wir von der Mammut Music sind natürlich wieder das komplette Festival für euch dabei. Egal ob ihr auch vor Ort seid oder von zu Hause alles verfolgen wollt. Auf unseren Social Media Kanälen wie Facebook oder Twitter und natürlich auf unserer Seite www.mammut-presse.de erhaltet ihr immer die wichtigsten Informationen. Und was wäre ein Festival mit der Mammut Music, wenn wir nicht auch noch das ein oder andere Interview für euch parat hätten? All das gibt es ab dem 16. August exklusiv bei uns. Und natürlich ist auch beim Chiemsee Summer unsere Social Wall wieder mit am Start. Ihr könnt euch also getrost zurücklehnen und wir sammeln für euch die Posts, worüber das Netz so schreibt. Wir freuen uns auf euch, auf die Künstler und natürlich auf den Chiemsee Summer 2017. Wir sehen uns am Mittwoch in Übersee.